Und es gibt noch einen anderen, sehr, sehr schönen Satz von dir, Kaya, und der hat sehr viel zu tun mit der Geschichte unseres nächsten Gastes. Du hast mal gesagt, man darf Menschen, das hast du in der Geschichte deiner Mutter gelernt, man darf Menschen nie aufhalten, wenn sie sich bilden wollen, darf man sie auf gar keinen Fall davon abhalten. Und das ist genau, das ist genau die Geschichte von Malala Yousafzai. Malala Yousafzai wächst im Swat-Tal in Pakistan auf und will nichts anderes als zur Schule gehen. Sie besucht eine Mädchenschule, an der auch ihr Vater als Lehrer tätig ist. Doch nach der Machtergreifung der Taliban ändern sich plötzlich die Lebensumstände. Die Taliban verbannen Frauen aus dem Alltag, schließen die Schulen und verbieten Malala und ihren Freundinnen den Unterricht zu besuchen. Doch sie widersetzt sich dem Verbot, geht weiterhin zur Schule. In einem Tagebuch beschreibt sie ihren Alltag und die Drohungen der Taliban. Dann, am 9. Oktober 2012, die unglaubliche Tat. Mit ihren Freundinnen fährt sie im Schulbus nach Hause, als die Taliban den Bus stoppen. Gezielt schießen sie der 15-Jährigen in den Kopf. Die Kugel durchschlägt die linke Gesichtshälfte und bleibt in der Schulter Malalas stecken. Zwei weitere Mädchen erleiden Schusswunden. Malala wird lebensgefährlich verletzt. Die 15-Jährige wird in ein Militärkrankenhaus nach Peshawar gebracht, wo die Kugel in einer lebensrettenden Operation entfernt wird. Von dort wird sie schließlich nach England ausgeflogen. Nur wenige Monate nach dem Anschlag setzt Malala ihren Kampf für das Recht von Mädchen auf Bildung fort und wird schließlich für den Friedensnobelpreis nominiert. An ihrem 16. Geburtstag hält sie eine bewegende Rede vor den UN. Ein Lehrer, ein Buch und ein Buch können die Welt verändern. Bildung ist die einzige Lösung. Bildung erst. Danke. Und da ist sie, Malala Yousafzai und ihr Vater Siauddin Yousafzai. Herzlich willkommen im deutschen Fernsehen. Schön, dass wir uns sehen. Danke. Malala, zuallererst die Frage, wie geht es dir? Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie geht es dir heute, knapp ein Jahr nach diesem unglaublichen Anschlag, den du wie durch ein Wunder, das sagen auch Ärzte, überlebt hast? Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, hier etwas sagen zu können. Die Sache ist, letztes Jahr wurde ich von den Taliban angeschossen, am 9. Oktober. Und heute sitze ich hier, ich habe überlebt, ich habe meinen 16. Geburtstag vor der UN gefeiert, ich habe dort eine Rede gehalten. Und ich schaue mir an, wie viele Liebe ich bekomme, wie viele Leute für mich beten, wie viel Unterstützung ich bekomme. Und ich danke Gott für diese große Gelegenheit, dass ich hier sprechen kann, dass ich für die Rechte von Mädchen eintreten kann und die Bildung von Mädchen und Frauen. Ich freue mich also sehr, ich danke Gott und ich danke auch jeder einzelnen Person, die für mich und mein Leben gebetet hat, jeden Menschen, der meine Sache und den Malala-Fonds unterstützt. Und ich glaube, eines Tages werden wir erfolgreich sein in unserer Mission. Wenn man deine Geschichte zusammenfassen müsste in einem einzigen Satz, dann würde man das wahrscheinlich mit dem folgenden Satz tun, der in deinem Buch auch steht, ein sehr, sehr lesenswertes Buch, wenn es darum geht zu verstehen, was da passiert ist, heute genau vor einem Jahr oder morgen genau vor einem Jahr, ist ja der Jahrestag, aber auch, wenn man verstehen möchte, in welcher Situation wir alle selber sind und wie selbstverständlich vieles von dem, was wir so haben, für uns mittlerweile ist. In deinem Fall war es anders. Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Das ist der Satz, der mir am allermeisten hängen geblieben ist. Und genau darüber wollen wir heute reden. Du bist angeschossen worden in einem Schulbus von einem Taliban. Und ich habe gelesen, dass dich die Kugel so getroffen hat, dass sie nur ganz, ganz knapp am Auge vorbeiging, am linken Auge und auch ganz knapp an deinem Gehirn vorbei. Was kann man davon noch sehen? Welche Schäden sind noch da? Ja, Sie haben recht. Hier wurde ich angeschossen, hier oben am linken Auge. Die Kugel ging so durch. Als ich im Krankenhaus in Birmingham war, habe ich meine Finger gesehen und ich habe diesen Teil meines Gesichts in einem Spiegel gesehen und ich habe gesehen, dass die Kugel dort eingetreten ist. Die Ärzte haben alle gedacht, dass ich mich wahrscheinlich so bewegt habe, als ich angeschossen wurde. Und als diese Taliban mich angeschossen haben, ist deswegen die Kugel schräg eingetreten, ist dann durch meinen Hals und bis zu meiner Schulter durchgegangen. Dort war die Kugel dann zwölf Stunden lang und dann ist es den Ärzten gelungen, sie herauszuoperieren. Die Kugel ist auch durch mein Trommelfeld gegangen, deswegen höre ich links nicht mehr gut. Und mein Gesichtsnerv wurde auch von der Kugel durchtrennt. Das heißt, die Lenkeseite meines Gesichts funktionierte einfach nicht mehr, die ließ sich nicht mehr bewegen. Die Ärzte haben dann eine Operation durchgeführt und den Nerv zusammengenäht und jetzt erholt sich schon langsam auch die linke Seite des Gesichtes. Ich danke Allah für dieses wunderbare Leben, dieses zweite Leben, das ich bekommen habe. Wenn ich daran denke, er hat mein Gehirn gerettet, mein Leben gerettet, meine Wirbelsäule. Und mir geht es jetzt gut, ich kann mich bewegen, ich kann reden, ich kann laufen, ich kann das Leben genießen und ich kann weiterhin für die Bildung von Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt eintreten. Ich kann gut nachvollziehen, warum Ärzte von einem Wunder sprechen oder von einer Art Wunder zumindest. Wenn man dich heute hier erlebt, du schilderst in deinem Buch sehr, sehr eindrucksvoll, wie du gespürt hast, dass du dein Gesicht nicht mehr bewegen kannst, wie du Angst hattest, dass du nie wieder richtig sprechen kannst, wie du nicht in der Lage warst, mit deinem Vater beispielsweise zu sprechen. Heute ist das anders und das ist genau ein Jahr her. Siauddin ist bei uns, Malalas Vater. Siauddin, erklären Sie uns einmal, wie es zu diesem Verbrechen gekommen ist. Die Mädchen waren auf dem Weg zurück aus der Schule. Plötzlich wird dieser Bus angehalten von zwei jungen Männern auf einem Motorrad. Wie ging es dann weiter? Vielen Dank. An jedem Tag war ich im Swat-Tal und ich habe diese schockierenden Nachrichten dann gehört, dass dieser Bus angegriffen worden sei. Schon zehn Monate zuvor waren Drohungen gegen Malala ausgesprochen worden, aber wir hätten nicht erwartet, dass die Taliban-Terroristen tatsächlich so brutal und barbarisch vorgehen würden und ein unschuldiges Kind angreifen würden. Die Taliban haben 1.500 Schulen zerstört in dieser ganzen Gegend, aber sie haben dabei kein einziges Kind verletzt. Wir hatten schon gewisse Ängste, aber wir hatten so etwas nicht erwartet. Und als das passierte, da war das wirklich ein Schock für uns. Sie waren unter dem Radar der Taliban, weil sie sich deren Hass zugezogen hatten. Sie haben etwas gemacht, was in deren Augen sehr, sehr ungewöhnlich und viel zu fortschrittlich ist. Sie haben Schulen für Mädchen gegründet, haben eine Privatschule eröffnet, in der Malala und andere Mädchen vor allen Dingen zur Schule gingen. Malala beschreibt das in ihrem Buch als eine Art Paradies, wenn man da morgens reinkam und dann den Schulranzen in die Ecke geworfen hat, auch seine Verschleierung abgenommen hat. Und plötzlich wart ihr da und konntet euch entwickeln, Spaß haben, mit Freunden diskutieren, habt Redewettbewerbe abgehalten, habt euch bemüht, habt euch mit Henna chemische und physikalische Formeln beispielsweise irgendwo auf eure Arme draufgeschrieben, anstatt lustiger Verzierungen oder ähnliche Dinge. Das heißt, es war eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation, da ein mutiger Lehrer, der sich traute, das alles durchzusetzen gegen diese Taliban, die der Meinung waren, dass sich das nicht gehört. Und da eine junge Schülerin, die zum Beispiel auch nicht bereit war, sich zu verschleiern. Warum nicht? Mein Gesicht verbergen oder nicht, das ist mein Recht, meine Entscheidung. Und ich glaube, wenn man sein Gesicht zeigt, dann zeigt man auch seine Gefühle, seinen Charakter. Und im Islam ist das ja nicht verboten. Und ich habe gesagt, wenn Männer ihr Gesicht zeigen können, wenn sie sich frei auf den Straßen von Gora zum Beispiel bewegen können, überall hingehen können, warum darf ich das nicht? Warum habe ich diese Freiheit nicht? Und ich habe gesagt, es ist mein Recht zu entscheiden, mein Gesicht zu verbergen oder nicht. Und ich habe mich dann entschieden, mein Gesicht nicht zu verbergen, denn das zeigt, ja, das ist Malala. Wenn ich mein Gesicht verberge, dann verberge ich ja alles, mein gesamtes Selbst, dann verstecke ich meine Person. Und ich wollte mich selbst, meine Person nicht verstecken. Ich wollte zeigen, dass ich Malala bin, dass ich meine Gefühle ausdrücken will, dass ich mit meinem Gesicht für Bildungsrecht einstehen möchte. Wir haben ja ein Buch veröffentlicht zum Beispiel, ich bin Malala. Und als die Taliban gefragt haben, wer ist Malala, konnte ich damals nicht sagen, ich. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin Malala. Und das Buch wird am 8. Oktober veröffentlicht. Am 10. kommt es dann wirklich auf den Markt. Und in diesem Buch habe ich meine ganze Geschichte aufgeschrieben. Die Geschichte meines Lebens, was in Swat passiert ist. Und das ist nicht nur die Geschichte eines Mädchens, einer Familie. Das ist die Geschichte jedes Mädchens in Swat. Jedes Mädchens, das dort war und Terrorismus gesehen hat. Dieser Satz, ich bin Malala, das war genau der Satz, der dir nicht über die Lippen gekommen ist, als er diese Frage gestellt hat im Bus. Wir gehen nochmal zurück in diese Situation. 9. Oktober 2012. Ihr seid auf dem Weg nach Hause. Es ist ein vollbesetzter Bus, eigentlich nur ein kleiner Transporter. Sehr viele Menschen sitzen da drin. Ihr sitzt ziemlich weit hinten. Die Scheiben sind kaputt. Deswegen sind sie nur so provisorisch repariert und abgehängt. Das heißt, ihr könnt gar nicht so richtig sehen, was da draußen stattfindet. Plötzlich hält dieser Bus an. Warum? In dieser Straße standen zwei Männer. Natürlich waren dort sehr, sehr viele Leute auf dieser Straße. Und natürlich sind dort auch viele Kinder, viele Jungen. Aber an diesem Tag gab es dort nur zwei Jungen. Und ansonsten war es wirklich leer. Niemand stand dort. Ich kann mich an die Geschichte nicht erinnern. Das erinnert, das weiß ich nicht mehr. Meine Freunde haben mir das dann erzählt. Sie haben gesagt, dass zwei Männer dort standen, dass sie den Bus angehalten haben, dass sie ihre Waffen nicht gezeigt haben. Die hatten sie versteckt. Und als unser Busfahrer den Bus dann angehalten hat, er hatte nämlich gedacht, dass sie vielleicht nach ihren Schwestern suchten. Deswegen hat er den Bus, also den Schulbus, angehalten. Und einer der Männer hat dann den Busfahrer Fragen gestellt. Und ein anderer Mann kam nach hinten. Sie waren relativ jung. Und der hat dann gefragt, wer ist Malala? Ich habe ihnen nicht geantwortet. Ich habe mir da aber viele Gedanken drüber gemacht. Wenn ein Taliban käme, was würde ich sagen? Ich bin nicht gegen die Taliban. Ich bin gegen das, was sie wollen, für was sie einstehen. Denn sie sind gegen Bildung. Sie sind gegen Rechte. Sie sind gegen Menschenrechte. Und ich habe gesagt, ich würde ihm dann sagen, dass ich Bildung für alle möchte, auch für seine Tochter, dass ich Freiheit, auch für die Frauen der Taliban möchte. Auch für die Taliban. Denn ich war nicht gemein. Ich wollte mit ihnen reden, auf eine friedliche Art. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Er fragt, wer ist Malala. Niemand antwortet. Aber andere Mädchen rund um dich herum schauen zu dir hin. Und er weiß, wer du bist. In diesem gesamten Bus hatten alle ihre Gesichter verschleiert, außer mir. Und als er gesagt hat, wer ist Malala, habe ich ihn angesehen, so wie ich sie jetzt ansehe. Und alle Mädchen haben angefangen zu schreien. Und ich habe ihn einfach nur angeschaut. Als ich ihn angeschaut habe, hat er sofort gewusst, sie muss Malala sein. Und dann hat er auf mich geschossen. Natürlich haben alle Mädchen sofort wieder angefangen zu schreien. Es war laut. Weil keiner wusste, was wir zu erwarten haben. Was würde noch passieren? Das war natürlich für sie schlimm. Stellen Sie sich das mal vor, ein Mann, der auf uns schießt. Und ich bin natürlich zu Boden gefallen. Ich habe sofort das Bewusstsein verloren. Ich bin auf den Boden gefallen. Ich bin tatsächlich in den Schoß meiner besten Freundin gefallen. Und dann hat er auf die anderen beiden Mädchen geschossen. Und der ganze Schulbus war voller Blut. Und mein Kopf blutete natürlich. Also, das war ein sehr, sehr schlimmer Moment. Ich habe wirklich Glück, dass ich mich daran nicht erinnere. Das denke ich jetzt. Ich glaube, es ist gut, wenn man schlechte Dinge vergessen kann. Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? Und wann haben Sie davon erfahren, was da passiert ist? Ja, ich habe es vorher kurz angesprochen. Ich war bei einer Veranstaltung, wo wir gegen die Provinzregierung protestiert haben, die gegen die Privatschulen vorgehen wollten. Da ich ja der Vorsitzende des Verbands der Privatschulen war. Und ich stand kurz davor, eine Rede zu halten. Mein Name war schon angekündigt worden als nächster Redner. Und dann habe ich von ihm gesagt bekommen, und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass mein Schulbus angegriffen worden war. Mein Herz ist wirklich tief in die Hose gesungen. Und ich dachte, wenn das mein Schulbus ist, da sitzen ja ganz viele Mädchen aus meiner Schule drin und auch meine Tochter. Und da war noch nicht ganz klar, was dann überhaupt dort passiert war. Mir wurde nicht gesagt, ob irgendjemand verletzt worden war. Wie gesagt, ich wurde als Redner angekündigt. Ich habe fünf oder sechs Minuten lang gesprochen. Dann kam ich zum Ende meiner Rede und ich stand voller Schweiß und ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren. Da habe ich dann meine Tochter gesehen, die auf einer Trage lag. Und ich habe sie auf die Stirn geküsst, auf die Wangen, auf die Nase. Und ich habe gesagt, du bist meine Tochter, ich bin so stolz auf dich. Und sie hat mir eine Antwort gegeben, die ich nicht erklären kann und ich kann es auch gar nicht versuchen. Aber sie erinnert sich ebenfalls daran. Es waren viele Leute, die dort waren. Und da war überall Blut und es war durcheinander. Und ich bin an ihre linke Seite gegangen und sie hat mich gesehen. Und das war wohl der letzte Moment des Bewusstseins bei ihr. Und da haben wir irgendwie einen Draht miteinander gehabt, bevor sie dann in das Koma gebracht würde für sechs oder sieben Tage. Ein leidenschaftlicher Appell für die Rechte von Frauen, für die Rechte von Mädchen, die auch zur Schule gehen sollen. Und um das auch besser einordnen zu können, muss man sich einmal in die Lage versetzen, in der sie damals waren. Im Swat-Tal, ein wunderschönes Tal im Nordwesten von Pakistan. 2007 begann es, dass die Taliban allmählich die Macht an sich gerissen haben. 2009 gab es dann einen Gegenschlag der pakistanischen Armee mit tausenden von Toten. Nichtsdestotrotz ist es nicht gelungen, die Macht dieser Menschen dort einzudämmen. 25 Millionen Kinder gehen in Pakistan bis heute nicht in die Schule, sondern werden im Grunde benutzt als Arbeitskräfte, die niemals eine Schule von innen sehen. Frauen, die nur in Begleitung auf die Straße dürfen, die zum Beispiel absurderweise in Begleitung eines fünfjährigen Jungen auf die Straße dürfen, alleine aber seltsamerweise nicht. Ihre Cousine Schahida, die beispielsweise mit neun Jahren verheiratet worden ist. Und du beschreibst das in deinem Buch, wie du irgendwann die Frage gestellt hast, was ist eigentlich mit Schahida passiert, weil sie plötzlich nicht mehr da war. Schahida, also ihre Familie, hat sie sehr, sehr früh verheiratet. Und zwar an einen Mann, der schon eine Frau hatte. Der war auch älter. Sie hatte drei Töchter. Und später hat sie gesagt, so ein Leben möchte ich nicht leben, ein Leben ohne Freiheit. Denn ich fühle mich wie im Gefängnis. Und dann hat sie gesagt, ich werde zurückgehen, ich werde nicht mit der Familie weiterleben. Und jetzt hat sie zugegeben, wie ihre drei Kinder auch von dem Malala-Fonds profitieren sollen. Denn das ist ein Fonds für Mädchen im Swat-Tal, die zum Beispiel unter Kinderarbeit leiden. Und Schahidas Tochter mussten das auch tun. Und deswegen wurden sie jetzt aufgenommen in das Projekt des Malala-Fonds. Sie können jetzt lernen, sie können studieren, sie können sich bilden. Deine Cousine Schahida ist verheiratet worden mit einem sehr viel älteren Mann, der bereits verheiratet war, der sich aber eine junge Frau wünschte. Wie alt war deine Cousine, als sie verheiratet worden ist? Sie war neun oder zehn, vielleicht war sie sogar auch elf, als sie verheiratet wurde. Also das war eine Zwangshochzeit. Sie ist keine nahe Cousine. Sie ist entfernt mit mir verwandt. Aber das Schlimme daran ist, das Ganze geschieht ja ohne das Ja des Kindes. Das Mädchen wird nicht gefragt. Mit Herz und Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Und jetzt ist die Frage, ist das das Recht der Familie, das zu tun? Ich glaube, dass es Freiheit für jeden Menschen geben sollte, insbesondere für Frauen. Sie sollten entscheiden können, was sie machen, die Freiheit haben, sich für ihr Leben zu entscheiden. Also eine sehr archaische Welt und auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch. Es ist kein glücklicher Tag, wenn eine Frau in Pakistan ein Mädchen zur Welt bringt. Warum nicht? Ja, das ist nicht nur so in Pakistan. In vielen Teilen der Welt ist das so. Da wird die Geburt eines Mädchens nicht so gefeiert wie die eines Jungen. Mädchen werden als gar nicht in dieser Welt willkommen geheißen. Und sie leiden so schon seit Jahrhunderten. Sie werden als Besitztum der Männer betrachtet. Das Leben eines Mädchens, da ist das Leben schon von vornherein vorbestimmt. Sie schaut zunächst einmal, was ihr Vater macht und ihr sagt. Dann schreiben ihre Brüder ihr vor, was sie machen muss. Später dann ihr Mann. Und selbst wenn sie dann Kinder bekommt, dann schreiben ihre Söhne ihr vor, was sie tun muss. Also eine Frau durchlebt eine schwierige Rolle in der Gesellschaft. Und sie muss immer wieder den verschiedensten Männern in ihrer Familie gehorsam leisten. Und ich finde, das ist falsch. Ich glaube, Jungen und Mädchen sind gleich. Wenn mein Sohn als Person frei ist, dann muss das auch für meine Tochter gelten. Viele Menschen fragen mich, wie hast du deine Tochter erzogen? Was Besonderes hast du mit deiner Tochter gemacht? Und dann sage ich immer, die sollten mich fragen, was ich nicht getan habe. Ich habe gar nichts Besonderes gemacht. Das Einzige, was ich nicht getan habe, ist, dass ich sie nicht gestutzt habe, nicht eingesperrt habe. Ich habe ihre Flügel nicht abgeschnitten. Der Himmel ist die Grenze und sie darf fliegen. Sie soll fliegen bis zu den Sternen, wenn sie möchte. Aber nur sie darf das und soll das entscheiden. In jedem Teil der Welt gibt es Malalas. Alle Mädchen sollen zu den Sternen greifen, wenn sie wollen. Man darf ihre Flügel nicht beschneiden. Sie sollen fliegen. Sie sollen ihre Träume wahr werden lassen. Sie sollen ihr eigenes Leben leben dürfen. Und sie sollen auch das Recht haben, es so zu bestimmen, wie sie möchten. Sie sollen den Beruf auch auswählen, den sie ausüben wollen. Das ist der beste Ansatz. Wir müssen einfach unsere eigene Einstellung ändern. Und wenn wir unsere Einstellung ändern, dann wird man eine wahre Revolution auf dieser Welt sehen. Und diese Welt wird dann friedvoll sein. Denn heute ist eine Welt der Männer. Und in der Männerwelt sehen wir Konflikte, Grausamkeiten, Menschenrechtsverletzungen. Die Welt der Frauen jedoch ist ausgeglichener. Und wenn die Hälfte der Welt nur gesund ist, dann ist das schon ein großer Fortschritt. Dein Vater hat eben beschrieben, diese Situation im Krankenhaus. Überall Blut. Es war lange Zeit unklar, ob du überhaupt überleben würdest. Man hat bereits eine Beerdigung vorbereitet, weil deine Eltern davon ausgegangen sind, dass du die nächste Nacht nicht überleben würdest. Man hat dir einen Teil deiner Schädelplatte entfernt, weil dein Gehirn plötzlich angeschwollen ist und das eine letzte Notmaßnahme war, um dein Leben zu retten. Man hat einen Luftröhrenschnitt gemacht, weil man davon ausgehen musste, dass auch dein Atemzentrum betroffen sein würde. All das hat man dort vor Ort gemacht und musste trotzdem damit rechnen, dass es zum Äußersten kommt, dass du stirbst. Dann aber bist du ausgeflogen worden nach Birmingham, nach England. Warum? Die wichtige Operation fand in Pakistan statt, also die Schädelplatte. Und die Kugel musste ja aus meiner Schulter genommen werden. Also das passierte dort. Und mein Gehirn konnte dann also anschwellen. Es brauchte Platz und deswegen haben sie die Schädelplatte an dieser Stelle entfernt. Nach Birmingham wurde ich dann gebracht, weil weitere Operationen notwendig waren. Und in Pakistan war es zum Beispiel sehr schwierig, die Operation am Gesichtsnerv. Das ist sehr, sehr kompliziert und da braucht man Mikroskope und so weiter. Und deswegen wurde ich nach Birmingham gebracht, damit ich mich schnell erholen konnte, dass ich schnell gesund werden konnte. Und dann gab es zwei, drei weitere Operationen, denn mein Knochen im Schädel konnte man nicht wieder in den Kopf operieren, weil das hätte sich dann entzündet. Und deswegen habe ich eine Titanplatte im Kopf. Und zum Beispiel, wenn ich zum Flughafen gehe, da schlägt der Alarm jedes Mal an an der Sicherheitskontrolle. Und dann habe ich ein Implantat im Ohr. Mein linkes Ohr erholt sich auch. Das Queen Elizabeth Hospital in Birmingham ist ein sehr gutes Krankenhaus. Da gibt es wirklich sehr gute Ärzte. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die Rettung von Malala. Du beschreibst auch eine sehr anrührende Szene im Buch, wie der Chefarzt hereinkam mit einem Telefon. Und die sagte, du rufst jetzt deinen Vater an und sei ganz stark und weine bitte nicht. Und er war genauso stark und weinte auch nicht. Dann habt ihr hinterher erfahren, dass euch der Chefarzt ausgetrickst hat, sozusagen, weil er nicht wollte, dass ihr dann unendlich traurig seid am Telefon. Habt euch dann wenige Tage später tatsächlich wiedergesehen. Und dann kam all das, was seitdem gekommen ist. Viele Preise reden vor den Vereinten Nationen in New York. aktuell vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis Malala. Das berühmteste tapfere Mädchen auf der Welt. Jemand, der von der New York Times oder von Times Magazine zur zweitwichtigsten Person des Jahres 2013 gekürt worden ist. Wann hast du realisiert, dass deine Geschichte und auch du plötzlich auf der ganzen Welt bekannt sind? Als ich im Krankenhaus war, wusste ich überhaupt nicht, was draußen passiert. Ich habe gedacht, dass mich irgendjemand angeschossen habe, dass ich auf dem Boden lag und ich dann ins Queen Elizabeth Hospital gebracht wurde. Ich wusste nicht, dass Millionen für mich gebetet haben. Ich wusste gar nicht, wie viel die Medien über mich berichtet hatten. Es gibt natürlich auch eine bestimmte Rolle, die die Medien einnehmen, auch bei der Entwicklung eines Landes. Oder auch wenn es darum geht, ein Thema zu behandeln oder größer zu machen, um den Leuten zu zeigen, was passiert. Das ist natürlich ein sehr guter Aspekt der Medien, also aus einer bestimmten Perspektive. Denn es ist ja ein Thema, dass Kinder in Pakistan leiden. Kinder haben dort nicht das Grundrecht auf Bildung. Sie können nicht immer in die Schule gehen, nicht nur Malala. Jeden Tag wird auf Leute geschossen. Jeden Tag werden Leute von Terroristen ermordet. Als ich dann die ganzen Karten gesehen habe und die Teddybären, die ganzen Geschenke, die Menschen mir geschickt haben, da war ich einfach überrascht, da war ich erstaunt, wie viel Liebe mir gezeigt wurde und wie viel Unterstützung ich bekommen habe. Das war wirklich unglaublich. Da gab es plötzlich tausende von Karten in meinem Zimmer. Und wenn ich mir das anschaue und die Bücher anschaue, die mir geschenkt wurden, dann ist das immer noch eine große Überraschung. Und ich denke jedem Einzelnen für die Unterstützung, für die Liebe. Und auch den Medien, die haben mich auch unterstützt. Also, eine Geschichte, die Mut macht, ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ich bin Malala und ein schöner Gedanke, ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können tatsächlich die Welt verändern. Ich glaube, ich spreche auch im Sinne der Zuschauer, wir würden uns freuen, wenn dieser Friedensnobelpreis an Malala ginge. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, eine sehr beeindruckende junge Frau zurück in Hamburg. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Auch bei Ihnen.